So, diesmal gehen wir mit 4 Wappen ein. 15 später. Mal schauen, ob es energiewiger wird. Am ersten Schwert. Jetzt langsam fahren. Ist das Kling? Nein, so war es nicht. Was ist die? Okay. Das ist schon mal gut vorhanden. Das ist Gott wieder. Das ist schon mal gut. Da kriegt aber kein Geld auf den Tau, richtig. Da sind wir beim Holz. Noch mal rein. Ja, da war die Chance. Vielleicht die Wiederbelebung. So, die letzte Chance. Mal schauen. Schade. Schade. Und? Nein, durchgerutscht.